Man muss schon sagen, GLINet hat das Ganze so ziemlich in die Länge gezogen und ich glaube, selbst jetzt, wenn man auf der Homepage guckt, steht da immer noch die vierte Runde von Pre-Order. Keine Ahnung, ich verstehe dieses Marketing nicht, aber egal. Ich habe jetzt irgendwie einen durch einen Community-Mitglied in die Hand bekommen. Hier ist das Ding, da steht die Kiste und ich kann euch jetzt schon sagen, der ist jetzt noch warm. Also entweder, ich weiß nicht, ich zeige euch natürlich ein Bild, entweder der Lüfter, ihr seht ihn glaube ich gerade, da. Ja, entweder der Lüfter läuft nicht oder ist im Arsch oder der geht erst an, wenn die Kiste hochkocht. Ich habe den gerade eben natürlich mal ein bisschen getestet und der war so warm, einfach so beträgt mal als kleines Negativ. Ansonsten gibt es nämlich nichts Negatives an der Kiste, außer dass die Kiste irgendwie, warum auch immer, enorm warm wird. Und der Lüfter, der da drin ist, der ist zwar winzig klein, ihr seht ihn, aber er kommt nicht. Also ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich machen muss, ich habe gerade mal richtig Dampf auf die Nudel gebracht. Ja, das kann sie, die Nudel, die kann richtig Dampf, aber irgendwie, keine Ahnung. Der Lüfter ging nicht an. Ansonsten, ihr kennt die Kiste. Ich brauche euch sie nicht zeigen, es ist im Endeffekt einfach nur eine Weiterentwicklung vom Barrel. Im Endeffekt hier steht es mit Wi-Fi 6. Ansonsten ist das neue, das neue oder die neue Web-Oberfläche drauf, zeige ich euch natürlich auch. Und ansonsten sieht er so ein bisschen spacig hier vorne mit der kleinen LED aus. Aber auch das kann ich euch sagen, da hätte ich mir mehr erwartet. Die ist zwar da, aber die kann man nur so von so schräg unten irgendwie erkennen. Ein bisschen komisch, aber egal, ich labere euch schon wieder voll. Lasst uns einfach mal das Typische gucken, was kann das Ding an Performance. Lasst uns mal ein bisschen VPN darüber jagen. Nur mal eben schnell Werbung für eigene Sache. Lasst endlich mal ein Abo für den Kanal da. Ich glaube 60% der Leute, die bei mir hier die Videos schauen, haben einfach kein Abo auf diesem Kanal und es kostet sich nichts. Und für den Kanal ist das einfach super, super wertvoll, wenn man halt eben hohe Abonnentenzahlen hat und die halt eben hochkommen. Das gefällt YouTube. Den geilen Inhalt, den geilen Shit und die ganzen Giveaways hier. Schaut mal neben mir. Die ganzen Giveaways, Routerboards, ohne Ende, Routerboards und Mangos und GLI-Netz verlosen wir in den Live-Streams. Und es ist immer lustig, ihr müsst ihr unbedingt zuhören, aber seid einfach dabei. Alles steht hier unten drin, kommt einfach vorbei. Danke. Dann lasst uns schnell auf die Spezifikationen achten. Ich habe eben schon gesagt, es gab irgendwie Pre-Order nach dem Pre-Order von dem Pre-Order und davon gibt es jetzt gerade eben ein Pre-Order. Also ich habe keine Ahnung, was das soll, aber ist auch egal. Spielt keine Rolle. Ihr seht, jedes Mal ein Zehner mehr. Jetzt mittlerweile steht er bei Amazon auf 130 Euro. Also ich vermute mal, der wird sich nachher so auf 120 Euro oder 110 Euro einpendeln. Ist auch der Preis, das Ding ist im Endeffekt auch diese 100 Euro, sagen wir mal ungefähr, wert von dem, was wir so kennen von GLI-Netz. Und die Software und die Qualität, die dahinter läuft, ist dafür sein Preis ganz normal wert. Denn ich sage euch auch, die Kiste steht neben mir, Qualität bekommt man da. Aber viel wichtiger noch, lasst uns mal auf die Spex gucken. Und da wollen wir jetzt ja auch einfach mal der Möhre ein bisschen Feuer unter den Arsch geben. Also die sagen halt eben Wi-Fi 6. Ja, Wi-Fi 6 ist drin. Also 600 Mbit 2,4 und 1200 Mbit in 5 GHz. Das ist natürlich nicht alles mit einer Verbindung. Ihr kennt das. Das ist mit mehreren Devices und, 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 und. Aber für uns immer sehr, sehr interessant. WireGuard Speed up to 550. Wir haben ja schon gelernt bei GLI-Netz. Die Werte, die hier stehen, die sind so unter Laborbedingungen, Direct Connected, mit perfekten, mit perfekten TCP Windows Sizes. Die Realität sieht so ein bisschen anders aus. Wir gucken uns das jetzt gleich einfach mal eben an. Wir machen natürlich ein paar selber ein paar Speed Tests. So, hier steht schon, neues OpenWRT 2102. Gucken wir uns auch an. Blablabla, hier steht nochmal 550. Wir haben wir nochmal Sophisticated Hardware. Hardware, die, wie habe ich das ausgebrochen? Sophisticated Hardware Design. Eui, ei, ei, ei. Na egal, die werden wir auf jeden Fall mit Wi-Fi 6. Die werden damit, man macht aus der Kiste NAS und so weiter. Gut, ob das jetzt so schön ist, weiß ich nicht. Für Travel mäßig, um mal eben ein paar Daten wegzulegen, um zum Beispiel von eurer Drohne oder von eurer Kamera einfach mal auf eine Festplatte ein paar Daten zu schmeißen für Travel. Ja, dafür ist es gut. Dafür kann man es nutzen. Aber bitte nicht für mehr. Ja, danach ist es, wird es nur noch kompliziert. Also, wenn ihr im Urlaub seid, ihr habt nur einfach eine große Festplatte, ihr wollt unbedingt eure großen Drohnenaufnahmen, eure GoPro-Aufnahmen, eure was-was-was-was-kamera-Aufnahmen. Ihr habt ganz, ganz viel mit dem Handy gemacht oder sowas. Wollt ihr einfach auf eine Netzwerkfreigabe geben, dafür ist das Ding gut. Aber bitte nicht für zu Hause, für einen Dauerbetrieb. Kann man machen, aber für den Urlaub, für unterwegs. Ich muss unbedingt meine Daten loswerden. Ist das, ist das prima und funktioniert wirklich sehr, sehr gut. DFS, also irgendwas mit Dynamic Frequency Selection, keine Ahnung, Zertifizierung, interessiert auch keine Sau. Edgard ist mit drin, habe ich getestet, zeige euch gleich, funktioniert auch gut. Blablabla, Beta-User. Also, lieber bekommen wir von dem GLI-Netzeug halt eben wirklich schon The Flagship. Lass uns kurz reinschauen, reingucken. Ich weiß, überall IP-League, IP-League, IP-League. Die Kiste ist gerade bei mir hier in meinem Labor-Netzwerk mit dem Internet verbunden. Und ganz normal, mein PC ist ganz normal über die Kiste verbunden. Das heißt, wir können jetzt also mein PC-Gerät gerade hier volle Pulle über die kleine Kiste, die direkt hier neben mir steht. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem einfachsten vom einfachsten an. Ich habe Gigabit Internet, das liegt nicht immer zu 100% an. Und ich würde sagen, wir schieben einfach mal über mein PC per Kabel, nix WLAN, per Kabel, über Warnkabel raus. Einfach mal einen kleinen Speedtest. Ich weiß, da steht jetzt mal in der IP-Adresse, keine Sorge. Lasst uns einfach mal ein bisschen Vollgas geben. Also, wir kriegen von LAN to LAN. Also hier, die Kiste macht gerade Routing. Vergisst nicht, die macht gerade wirklich Routing. In der Kiste geht gerade wirklich ein bisschen was ab. Jetzt werde ich gerade angerufen. Also sind wir ehrlich, von den Speedtestwerten her, mein Gott, bin Travel-Router, den wir mal eben einpacken. Super Werte brauchen wir auch gar nicht weitergucken mit dem WLAN. Das können wir uns jetzt gleich noch überlegen. Aber jetzt kommen wir einfach mal zu dem Thema, was uns eigentlich alle immer juckt. Wenn wir im Urlaub sind, wir wollen vernünftiges VPN haben. Das heißt, wir brauchen WireGuard, wir brauchen Speed. Auf der Webseite haben sie damit gepostet oder mit geprahlt. 550 MBit WireGuard und 120 MBit OpenVPN. Wir wollen natürlich die volle Performance. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich habe mir einfach wie immer, dafür ist sie perfekt in der Hetzner-Cloud oder generell ist sie sehr, sehr gut in der Hetzner-Cloud, einfach einen Server ausgerollt. Habe hier eine kleine Putty-Verbindung und habe das Ganze einfach schnell eingerichtet. Also auch für euch, wenn ihr in den Urlaub fahrt und ihr wollt einfach mal für zwei Wochen oder sonst was, eher wie ein eigenes deutsches VPN haben, weil ihr dem ägyptischen Internet nicht vertraut, was ich verstehen kann, ey Freunde, registriert euch hier einfach bei Hetzner. Ich habe euch sogar hier unten in meiner Videobeschreibung 20 Euro Hetzner-Gutschein. Guckt einfach rein. Da kriegt ihr eine Kiste für 4 Euro im Monat. VPN aufgebaut, dauert 7,3 Minuten, ist die Sache erledigt. Und dann nochmal drei Minuten, um das Ganze hier in den GLI-Net reinzupumpen, ist die Sache durch. Also WireGuard Client habe ich hier ganz normal reingehängt. Und hier steht alles. Ich brauche hier wirklich nur noch sagen, klick, baue mal bitte die Verbindung auf. Und dann ist die Verbindung ganz normal zu meinem Hetzner, kleinen Konsum, Hetzner, VPS-Server, Cloud-Server, ach, wie auch immer, aufgebaut. Und das war's. Habe ich euch alles schon zig in Videos, 20.000 mal, dreimal, irgendwie, wie auch immer, irgendwo gezeigt. Geht ganz, ganz gut. So, guck mal mal. VPN ist aufgebaut. Wenn wir jetzt hier hingehen und mal eben sagen, wie ist meine IP, seht ihr auch, das ist die IP-Adresse jetzt von meinem Server. Da oben steht sie 195.201. Das heißt, wir sind per VPN ganz normal jetzt über die Kiste verbunden und das Mittel zu One-Click. Falls ihr den Knopf sucht, ich habe ihn nämlich auch gesucht gehabt. Es gab ja vorher immer diesen Menüpunkt Kill Switch, was ja eigentlich ziemlich wichtig ist, wenn ich irgendwie in Ländern unterwegs bin mit meinem VPN-Router. Der ist irgendwie verloren gegangen, sondern jetzt findet man das hier oben unter Global Options und dann Block non-VPN-Traffic. Das ist der sogenannte Kill Switch, das kein Internet-Traffic mehr direkt frei rausgeht, sondern ausschließlich über die VPN-Verbindung. Muss ich echt sagen, finde ich ein bisschen doof, Gli, nicht, dass ihr den richtigen Menüpunkt hier mit Kill Switch. Das ist für manche einfach wirklich super, super wichtig, dass ihr den entfernt habt. Finde ich halt irgendwie ein bisschen doof. So, jetzt kommen wir dazu, dass wir das Ganze hier nochmal machen. Also, ihr habt gerade gesehen, 800 Mbit wäre für mich jetzt hier erstmal großzügig kein Problem. Aber jetzt machen wir das Ganze mal über eine WireGuard VPN-Connection. Ihr seht auch schon, Nürnberg ist ausgewählt, das heißt, wir sind überhetzener. Los geht's. Einfach mal gucken, was passiert. Ping ein bisschen höher, logisch, Jitter geht eigentlich. Und jetzt gucken wir einfach mal. Das ist so das, was ich erwartet habe und auch im Endeffekt nicht mehr. 360, 370 haben jetzt alle meine Tests, die ich eben auch gemacht habe, so in etwa ergeben. Und glaubt mir, das liegt nicht an der Hetzner-Kiste. Da seht ihr jetzt auch, wie die Hetzner-Kiste gerade eben CPU-technisch nach oben geht. Der ist nicht der limitierende Faktor, auch MBit-technisch und sonst was nicht. Sondern einfach der GLI-Net hier an der Stelle, ja, wie soll ich sagen, gibt einfach auf. Und das haben wir jedes Mal so, dass diese Laborwerte, sage ich jetzt extra mal, hier nie so wirklich richtig erreicht werden. Man kann jetzt noch ein bisschen was optimieren, aber wir wissen alle, WireGuard hat eine MTU-Size von 1420. Da geht im Head einiges verloren. Wir sollten sehr, sehr froh sein mit 375, in dem Fall jetzt Spitzenwert MBit. Wo haben wir, wenn wir unterwegs sind, nicht in Deutschland, überhaupt solche Geschwindigkeit, warte mal. Ich glaube, wie nennt sich das? Im Entwicklungsland Deutschland ist sowieso Internetentwicklungsland Deutschland, ganz wichtig. Ist Internet sowieso sehr, sehr langsam. Wir sollen viel Geld bezahlen für ganz wenig Internet. Gehen wir mal an unsere Nachbarländer, da bezahlen wir wenig Geld für viel Internet. Na, wie auch immer. Egal, lasst uns nicht darüber aufregen. Ich sage mal trotzdem, wenn ihr irgendwo im Urlaub seid oder sonst was, wo habt ihr 300 MBit Scheiß drauf im Endeffekt? Da geht es vielmehr darum, kriege ich meine Daten, meine ganz normalen Fotos und Videos vielleicht schnell auf eine externe Platte oder sowas und dafür ist die Kiste gut. Und wenn man dann doch mal ein bisschen Performance hat, kann die Kiste mithalten. Deswegen um Gottes Willen, kein Negativ hier, um Gottes Willen, 300 MBit für so eine kleine Kiste, die ich für 100 Euro bezahle, ist wirklich sehr, sehr gut. Und ich bekomme wirklich für den Doofen, tut mir leid, halt so eine Sache, für den Doofen eine coole Oberfläche, die einfach gut funktioniert. Da seht ihr auch, wir haben jetzt mal eben 700 MB da eben durchgepumpt mit meinen Speedtest. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber sind wir mal ehrlich, das war jetzt die Kabelverbindung. Ich gehe jetzt hier einfach mal hin und ziehe, warte und klack. Hier ist das Kabel. Ich habe das Kabel live rausgezogen, weg damit. Da seht ihr auch schon, Ethernet-Verbindung da oben hat er jetzt gerade von grün auf weiß nicht gestellt. Hier passiert gerade ein bisschen Magic. Wir haben uns jetzt die WLAN-Verbindung gekrallt. Das heißt, das Ding hängt jetzt ganz normal bei mir hier in meiner WLAN-Verbindung. Auch das seht ihr. Das funktioniert autark, selbstständig, ohne dass ich irgendwas mache. Wenn ihr irgendwie die WLAN-Verbindung verliert, nimmt ihr das Kabel oder es hat Kabel weg, nimmt ihr halt eben die WLAN-Verbindung und baut trotzdem oder hält ganz normal die VPN-Verbindung aufrecht. Können wir hier sehen, alles noch mal da. Klar, er musste die Verbindung neu aufbauen, weil natürlich intern das Routing ein wenig anders ist. Hat sich an meinem PC was verändert, Steuerung 5? Nein. Mein Internet ist ganz normal da. Ich kann einfach wieder einen Speedtest losschicken. Also Speedtest dieses Mal über WLAN, selbe VPN-Verbindung. Das heißt, wir pumpen jetzt hier ganz normal über die WLAN-Schnittstelle uns drüber und wir sehen ein bisschen weniger. Das könnte aber jetzt auch gerade am Speedtest legen, denn ich glaube, die WLAN-Verbindung von den Dingen mit Wi-Fi 6, wie gesagt, ich muss hier auch den großen Access Point haben, um überhaupt solche Geschwindigkeiten drüber zu kriegen, um Gottes Willen. Aber das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ich würde sagen, wir machen auch den Test ohne VPN, weil das ist ja auch relativ interessant. Das heißt, wir gehen hier hin, klack, einfach mal das VPN disablen. Jetzt haben wir ja ganz normal Internet über die Kiste ohne VPN, wird ganz normal übers WLAN geroutet. Wir machen den Test noch mal. Das heißt, jetzt ohne Hetze dazwischen und go for it. Mal gucken, was wir jetzt hinkriegen. Ah, da sehen wir schon. Da haben wir jetzt auch wieder das WLAN ist in dem Ding voll der Tüte. Also das WLAN, muss ich sagen, mit dem AX, die Werbung dafür ist vollkommen in Ordnung und dann kriegt man richtig was drüber. Ich glaube noch nicht mal, dass das jetzt der limitierende Faktor ist, denn wir reden hier gerade über ein Gerät. Wir wissen selber, Spitzenwerte, Gesamtlasten erreichen wir wirklich nur, wenn wir viele Geräte hinstellen. Viele Handys und so weiter und so weiter. Also man muss schon sagen, performance-technisch bekommen wir hier wirklich von GLI ein Gerät hingestellt, was als Travel-Router wirklich was kann. Also das Ding, ganz klare Empfehlung meinerseits, ist ganz klar, nehmt das Ding mit, wenn ihr mit vielen unterwegs seid. Ihr wollt Performance, ihr wollt Power, ihr braucht vielleicht auch Power. Ihr wollt eure Daten schnell irgendwie auf irgendeine kleine Festplatte draufjagen. Wunderbar, das ist euer Gerät. Deswegen, da gibt es nichts zu sagen. Wir haben schon ganz, ganz viele von den GLI-Net Travel-Routern quasi getestet. Es gibt kaum Negatives daran. Der eine ist langsamer, der andere ist schneller. Der jetzt hier wiegt, ich glaube auch ein paar Gramm mehr. Der hat nämlich wirklich mit der Lüftereinheit oder sowas, hat der ein bisschen Metall da drin. Das heißt, der ist ein bisschen schwerer, aber wenn ihr Performance wollt und aktuelle Ware haben wollt, 2022 ist einfach die Kiste euer Teil. Updates going forward, das Ding geht nicht irgendwie in discontinued rein oder sonst was. Deswegen, wie immer, klare Empfehlung, kein Marketing hier. Ich habe das Gerät nicht von GLI-Net bekommen, sondern vom Community-Mitglied. Das heißt, die Empfehlung kommt lediglich von mir und nicht von irgendjemandem Drittes oder sonst was. Das ist mal ganz, ganz wichtig dabei. So, vielen Dank beim Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Denkt an die Livestreams und an das Abo. Dankeschön, macht's gut, ciao. Dankeschön, macht's gut, ciao.